Moin Leute, hier ist wieder euer Micha. Es geht weiter mit der Opel-Sammlung und zwar die Opel Omega Evolution 500. Bis gleich! Der Opel Omega Evolution 500, ein brachiales Gerät, sagt man so dazu. Revolutionärer DTM Omega. Mit dem Evolution 500 stellte Opel sein Omega eine echte Granate an die Seite. Das waschechte Renngeschoss katapultierte den Rüsselsheimler Mittelklässler von der Rheinhaus-Siedlung direkt auf die Rennpiste. Mit dem Evo 500 zeigte Opel der ganzen Welt, wie viel sportliche Potenzial in seiner Familienkutsche steckt. 230 PS, knapp 240 Stundenkilometer, Spitzengeschwindigkeit und ein brachiales Drehmoment von 270 Newtonmetern bei 3600 Touren. Das war die Superlative mit denen der Opel Omega A 3 Liter V624 Evolution 500 aufwartete. Ja, das war schon kein schlechtes Geschoss. Hat auch gut funktioniert. Hier der Opel Omega Evo bei der DTM 91 in Donington Park, Großbritannien. Hier steht noch, wo haben wir hier, das sportliche Triebwerk mobilisierte 204 PS bei 6000 Umdrehungen pro Minute und stieß mit einer Höchstgeschwindigkeit von 246 Stundenkilometer locker in die stolz 56.400 DM mussten auf den Tisch geblättert werden. Was über 15.000 Opel Enthusiasten taten. Omega sei eine Abkürzung für Opel macht endlich gute Autos. Okay, erklärt ja der Volksmund und die Fachwelt stimmte zu. Naja, gut, okay, aber wie gesagt, also sehr erfolgreich war er eigentlich doch allerdings nicht, weil er doch recht schwer war, war der Panzer. Das ist so, als wenn man mit einem 123er Rallye fährt. Mercedes 123 oder 126er gab es ja auch schon. Und nach dem Gewinn der Rallye-WM von Walter Röll und Christian Geisdörfer im Opel 400, Ascona 400, gelang dem Motorsport ein 1988 gleich dreigleisige, in den Rennzirkus zurückgekehrten Sieg. 16V, 2 Liter 16V Aggregat aus dem Vector in Formel 3 ein und fanden sich als alsbald drei Profi-Teams in der Folge auf den Siegertreppchen wieder. Was der Formel 3 jetzt hier mit den DDM zu tun hat, frage ich mich jetzt allerdings auch, okay, aber kann man ja mal so hinnehmen. Ja, und hier haben wir doch mal schon, hier, der, 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 der ist das, Opel Lotus Omega. Dieser Bolide brachte es mit seinem 3,6 Liter, 24 Sechszylinder und doppelten Turbolader auf wahnsinnige 377 PS und eine Maximalgeschwindigkeit von 283 Stundenkilometern. Er war 1991 nach dem Alpina B10 Turbo die schnellste Serienlimousine der Welt und übertraf seinen Konkurrenten auf BMW 535i Basis sogar hinsichtlich der Beschleunigung und Elastizitätswerte. Na, das Ding ist schon ein Schmankerl gewesen, obwohl er sich von der Ausstattung her innen überhaupt nicht von der Serienmaschine unterschieden hat, sondern rein weg von der Leistung vom Motor her. Hier sieht man das ja auch, hier ist alles dasselbe, aber wie gesagt, nach meiner Ansicht, ich habe ihn ja mal gefahren und muss dazu sagen, er ist ziemlich schwerfällig. Aber gut, DDM hat er immerhin mitgemacht und funktionierte auch. Hier haben wir noch zum Beispiel eine DDM Premiere mit dem Kadett GSI. 267 PS, 800 Kilo Kampfgewicht und aggressives rot-gelbes blaues Outfit. So stieg 1989 mit dem Kadett GSI 16V die DTM ein. Die wesentlichen stärkeren Mercedes 190 und BMW M3 fuhren ihn regelrecht um die Ohren. Ja, das ist richtig. Also er hatte zwar ein leichteres Kampfgewicht, aber trotz alledem Länge läuft, sagt man ja, gerade DTM mäßig, weil da ziemlich lange Strecken sind. Peter Oberndorfer und Volker Stritzik fuhren nur auf Platz 19, 28 und 33. Achso, Markus Österreich auch mit bei. Also ja, wie gesagt, der ist hier eher für Rallye-Version und Bergrennen, denkig mal, Slalom auch noch gut. Aber nicht für Rundstrecke und DTM-Version. Also da ist nicht so richtig, funktioniert nicht so richtig. Hier haben wir noch ein paar Eckdaten von dem Omega. 6 Zylinder, 3 Liter, 230 PS bei 6700 Umdrehungen, Heckantrieb, 5 Ganggetriebe, Einscheiben-Trockenkumpelung, klar kennt man ja, Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, auch standardmäßig. Hier haben wir nochmal ein bisschen Länge, 4,70 Meter Länge, wie gesagt, und 1,76 Meter breit, 1,44 Meter hoch. Radstand 2.730 Millimeter, also doch gegenüber dem Kadett doch wesentlich länger und wie gesagt, Länge läuft, das ist ja schon klar. Und ihr Leergewicht hier zum Beispiel 1.456 Kilo, also das ist schon, sag ich mal, doch schon ziemlich schwer. Selbst wenn man ihn ein bisschen abstrippt, sag ich mal, Sitze raus und bla und hin und her, was man nicht braucht, ist das doch schon immer noch ziemlich entkampfgewichtig. Wie gesagt, er war auch relativ schwerfällig in den Kurven und lange gezogene Kurven hat er auch ein bisschen rumgeeiert. Na ja, aber gut, hier haben wir nochmal eine schöne Schnittzeichnung von dem Deor OHC Motor, doppelobere Nockenwelle, 24, 3 Liter, Hammer. Hier haben wir nochmal von dem Modell eine Komplettansicht, 18 Zoll Räder, 2,35er, breitreißend ausgestellte Kurzflügel, was man ja bei allen Evo-Modellen hatte, ob es nur BMW ist, Opel war oder, wer ist noch, Mercedes, 190er, der 2,3er, der hatte auch diese ausgestellten Kurzflügel und daran erkannte man früher die ganzen Evolutionsmodelle, aber mittlerweile haben sie das auch wieder geändert, weil, ja, irgendwie wurden die dann immer woanders aufgefunden, als man dachte. Jawohl, und hier haben wir nochmal DTM Audi, Audi V8, 1990 haben sie alle platt gemacht auf der ganzen Welt, sag ich mal, was los war. Die Audis hier, das ist ja mit Frank Bieler und Stritzel und, ach, jetzt komme ich wieder, wenn ich auf den Namen, ist ja wieder mal typisch. Wo steht es hier noch irgendwo? Na ja, ihr wisst bestimmt schon, wen ich noch meine. Ach, da, genau, Handschwer auf dem Struck, da steht es ja. Und die haben ja auch alle, auch in Amerika, die IMSA-Serie komplett platt gemacht mit den Audis. Und, soweit ich das mal gelesen habe, wurde dann die IMSA-Serie dann halt entsprechend auf amerikanische Fahrzeuge umgeschrieben, weil die Amerikaner sich doch ein bisschen, na, ich sag es mal so, hintergangen fühlten. Also, wie gesagt, die Audi V8-Dinger, die waren der Knaller schlechthin. Also, vor allem mit den Piloten, die da drin waren, der Hammer überhaupt. Ja, und jetzt haben wir hier noch Klaus Luthig, mit dem, auch mit dem Evo, welcher ist das? Der Evo 2, genau, mit dem 2,5 Liter 16V 990E. Auch ein brachiales Modell. Hat man ja auch viel auf den DTM auf der AWUS gesehen. Ich weiß gar nicht, glaube, es gab, glaube, wenn ich mich nicht irre, 3, 4 Rennen auf der AWUS. Und danach wurde die AWUS ja gesperrt, beziehungsweise zugemacht für Rennfahrzeuge, weil die Fahrzeuge vom Technik und von der Leistung her immer größer wurden und die AWUS nicht mehr den Sicherheitsvorschriften entsprach, was die Sicherheitsvorschriften betrag von der Sache her. Ja, hier haben wir auch nochmal BMW M3 E30 DTM. Die räumten ja auch richtig ab. Die haben also auch den richtigen Radstand, richtige Motorleistung. Alfa Romeo, auch ein Knaller in der DTM. Hat auch so einiges platt gemacht. Mal gucken, wer hier, das steht leider nicht da. Ich weiß auch nicht mehr, wer die 8 gefahren hat. Wer ist das hier gewesen? Da steht auch nichts, nein, da steht leider nichts bei. Wer den gefahren hat? Der Europameister fesselte die Zuschauer auf der DTM. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir auch alle DTM-Läufe angesehen. Also absolut der Hammer. Wobei mir das dann später nicht mehr gefallen hat, weil man dann irgendwann rein musste, zwangsläufig nach so und so viel Runden und dann tanken musste. Und nee, das war doof. Das hat keinen Spaß gemacht. Opels Konkurrenz im PKW-Bau. Der mit Schiebermotor ausgestattete Mercedes-Benz 16-40 PS hatte 1910 auf Pariser Automobilbässe Premiere und verkaufte sich recht ansehnlich. Ja, das auch zu dem. Gut, als nächstes kommt dann halt der Opel Ascona B, die SR-Version. Und den schauen wir uns aber später an. Und jetzt gucken wir uns erst mal das Modell direkt an vom Omega. Ja, und ja, ich zeige es euch gleich mal. Ja, und da ist er, der EWU Omega 500 Omega A in Metallic-Lackierung gemacht. Schwarz-Metallic-Lackierung. Ich weiß jetzt leider nicht genau, welche Ausführung der, oder Anthrazit, Schwarz-Anthrazit, irgendwie so weit in der Art ist. Mal ein wenig näher. So, und wir können dann natürlich auch erkennen, hier die Front mit dem Spoiler und die Nebel- und Fernscheinwerfer in den Spoiler integriert. Natürlich auch wieder hier vorne die Beschriftung des Kennzeichens. Integrierte Scheinwerfer wieder mal. Hier sind dann auch die Gläser dann in den, also außen weiß. Und innen drin sind sie halt mit diesen orangenen Kappen nochmal versehen. Das kleine Opel-Zeichen dazu. Und bei dem Omega Lotus Omega ist dann hier dieses Lotus-Zeichen drin. Und dann unterscheidet sich, kann man ihn davon auch unterscheiden. In der normalen Ausführung kann man ihn da nicht unterscheiden. Hier sind die Waschlüsen in Silber angedeutet. Hier sieht man dann auch schon die Verbreiterung, die großen Reifen, die schließen hier entsprechend auch ab. Kann man auch so sehen, dass die hier abschließen, dass die breiten Evo-Modelle, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, die Kofi-Verbreitung haben. Hier, die folgt der Schweller, der Linie des Spoilers. Die Schweller sind typisch dafür, für diese Evo-Modelle. Und das Ganze geht dann weiter in die Heckansicht. Und hier wieder mit den beiden eckigen Auspuffanlagen. Der Spoiler, der natürlich hier hinten für Abtrieb sorgen soll, ab einer bestimmten Geschwindigkeit. Die roten Rückleuchten, es gab die dann auch komplett in rot, dass hier die Rückfahrscheinwerfer dann auch in rot sind. Und das wurde dann später als Zubehör eingebaut. Hier haben wir dann auch nochmal eine sogenannte Heckschürze, die auch, wie man sieht, hier der Linie folgt entsprechend. Und so zieht sich das Ganze rum. Hier haben wir dann die 18 Zoll Räder mit diesen Spezialspeichen, auch Aluminiumfelgen. Und in der Serienausführung dann mit Glasdach, Glasschiebedach, beziehungsweise elektrisch betrieben das Dach. Natürlich ist es so, dass bei der Rennversion kommt natürlich kein Glasdach zur Geltung. Das ist natürlich komplett fatal, wenn da irgendwas passiert und einem mit Glasdach auf den Kopf fällt. Das muss natürlich nicht sein. Hier haben wir dann auch nochmal, wie typisch hier die Evo-Version zu sehen. Also ich glaube, da müsste ich jetzt nochmal gucken. Ich glaube, da steht 500 drauf, Evo 500, irgendwie sowas in der Art kann das nicht sehen. Aber vielleicht könnt ihr das jetzt so sehen, dass man das besser lesen kann. Vielleicht kann ich das jetzt nicht so sehen. Gut, dann machen wir mal die Türen auf. Wenn man da rankommt, jetzt geht die Tür auf, zack und ich mache mal lieber die andere Seite von so auf. Natürlich auch beide Spiegel sind elektrisch verstellbar in der Ausführung, also in der Serienausführung bei dem Fahrzeug gewesen. Hier hat man dann auch die Türverkleidung von innen. Die waren teilweise sogar aus echtem Leder gemacht. Wenn man richtig Geld hatte, natürlich konnte man die da als Sonderzubehör machen, also kaufen. Dann sehen wir hier das Interieur. Die Sitze, schon mal so eine Sportsitze. Das ist natürlich ein bisschen schmierig, euch zu zeigen. Ich versuche es mal. Hier sieht man jetzt zum Beispiel die Seitenführung für die Sitze. die Kopfstützen sehr hoch angezogen, dass man also auf jeden Fall auch größere Personen drinnen sitzen können, ohne dass man Probleme kriegt mit dem Kopf oder so, wenn irgendwann mal was sein sollte. So sieht man auch schön die Seitenstützen von den Sitzen. So ein bisschen Halbschalen-Sitz-mäßig, Halbschalen-Sport-Sitz, sag ich mal so. Lenkradrelativ war ziemlich groß eigentlich. Es war weit über, glaube ich, über 50 Millimeter. Quatsch, 50 Zentimeter. Also ein ziemlich riesiges Lenkrad. Handbremse in der Mitte. Man sieht hier natürlich auch innen drin. Mal gucken hier, die Mittelkonsole kann man dann auch verarbeiten, komplettet. Also das war schon ein ziemlich gutes Cockpit drin. Hier ein bisschen mager angedeutet, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hätte ein bisschen filigraner, feiner arbeiten können. Mal gucken, so könnte man das vielleicht ganz gut sehen. Handschuhfach natürlich auch so an sich sehr schön gemacht. Vier-Speicheln-Lenkrad gab es dann auch entsprechend in Leder. Das ist ganz klar. Hier sieht man nochmal Heckernsicht Opel-Zeichen mit dran, was natürlich nicht fehlen durfte. Hier ist der kleine Irmscher-Aufkleber mit dran. Kann man gut lesen, denke ich mal. Und angedeutet. So sieht man dann halt auch durch den Spoiler durch. Also war schon ganz witzig. Gab es auch die Zentralverriegelung, alles komplett drum und dran an dem Fahrzeug. Schauen wir mal nach unten. Was haben wir unten? Natürlich den Unterboden, ist ja klar, ganz logisch. Ja, haben wir doch hier mal den Auspuff angedeutet. Hier haben wir den Auspuff weiter nach vorne gezogen. Sieht man ganz gut. Das ist detailgetreuer gemacht, als bei dem Kadett B, glaube ich, war das. Da war das bloß angedeutet. Da ging der bloß bis zur Hälfte. War dann hier angeklebt. War nicht so schön gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hier haben sie es schon wesentlich besser gemacht. Hier sieht man auch die Detaillierung der Vorderachse, Motor, Ölwanne hier, Getriebe. Dann gab es natürlich auch Automatikgetriebe. Und ja, Spurstangen, also Lenkung, Spurstangen mit bei den beiden Anlenkungen für die Hinterachse. Auch zu sehen, Benzintank. Ich glaube, der Tank lag so weit um 70 Liter, 60, 70 Liter. Was da dann halt entsprechend so reingepasst hat. Hier wollte ich nochmal zeigen an den Felgen das Opel Zeichen. Auch mit drauf gemacht. Das sind dann hier 5 Loch Felgen. Und die anderen Fahrzeuge haben bloß entsprechende 4 Loch Felgen. Und wie man sieht, doch recht gut gemacht von der Lackierung her. Kann man ganz gut sehen. Also wie gesagt, ich denke mal, schwarz-antrazit-metallig wird das sein. Man muss mal gucken. Vielleicht sehe ich ja nochmal, wie die Farbe wirklich heißt. Also wie die korrekt heißt. Aber so kann man doch schon mal ganz gut was sehen. Der Spoiler, was ich noch dazu sagen wollte, der lässt sich verstellen. Der wird manuell verstellt. Und der Heckspoiler, der hat sich natürlich von der Geschwindigkeit her in der Höhe und in der Tiefe verstellen lassen. Je nach Geschwindigkeit. Also nur bei der Evo-Version, also nicht bei der Standard-Version. Und er konnte dann halt, wie gesagt, je nach Geschwindigkeit, ich glaube die Geschwindigkeit, die ist ab 80 Stundenkilometer, konnte er in der Höhe und in der Tiefe sich automatisch verstellen. Der Spoiler, der Frontspoiler war nur manuell verstellbar. Das war dann halt später, ich glaube nicht, dass der elektrisch verstellbar war oder geschwindigkeitsabhängig war. Das ist ja bei den heutigen Modellen auch nicht so. Also der Spoiler nur manuell verstellbar. Das noch mal als kurzer Nachtrag. Opel Omega Evo 500. Schönes Modell, gut gemacht. Schön detailliert umgesetzt. Auf jeden Fall besser als der B-Kadett, was wir da umgesetzt haben. Also ich bin begeistert. Lackierung sieht sehr gut aus. Verarbeitung recht gut gemacht. Sehr schön umgesetzt. Auch, wie gesagt, auch mit dem Glasdach finde ich praktisch. Ja, das war es eigentlich schon wieder. Schaut bei meinen anderen Projekten mit bei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, euer Micha. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.